Was ich immer wieder an Beschwerden höre, immer wieder so häufig, mein Mann redet nicht. Ja, warum redet er denn nicht? Und es gibt aus der Literatur von mehreren Autoren den Begriff Craving for Feelings. Craving for Feelings, das heißt, die Frau baggert den Mann an, sag doch was, was denkst du jetzt? Oh, nichts. Wie geht's dir jetzt? Oh, gut. Wie war die Arbeit? Okay. Und Craving for Feelings ist, wenn die Frau anfängt, an ihn zu kratzen, weil sie jetzt endlich mal wissen will, sie will einfach eine Äußerung haben. Sie will einfach eine Äußerung haben. Und warum er nicht redet, kann so viele Gründe haben. Der einfachste Grund ist, er hat keine Lust. Zum Beispiel an dem vorigen Video Passiv-Aggressiv, da wo ich die Ausnahmesituation hatte, mal so einen interviewen zu können, weil er dabei war. Sagen Sie mal, warum lügen Sie? Warum antworten Sie nichts? Warum übernehmen Sie keine Verantwortung? Und warum sind Sie nie da, wenn man sie braucht? Das waren die Vorwürfe der Frau mit dem Mann Passiv-Aggressiv. Und seine Antwort war einfach, ist mir alles zu viel? Ich habe keinen Bock. Ich will nicht. Und bevor ich sage, ich will nicht, sage ich lieber nichts oder ich gehe den kleinen Ausweg, indem ich lüge. Für Lügen. Ganz häufig ist das der Grund, er hat einfach keine Lust. Oder er will sich nicht negativen Gefühlen aussetzen, weil er keine guten Erfahrungen gemacht hat in Auseinandersetzungen, in Konfrontationen. Wie das aber dann enden kann, das seht ihr hier auf der Seite. Moment, ich gucke mal gerade, wo das steht mit der Aggression. Anmerkungen zur Aggression. Wo habe ich das jetzt nochmal? Wo ich euch diese Bilder hingesetzt habe, was es bedeutet, wenn man nicht, wenn man nicht für sich einsteht. Und dieser Mann kam zu mir, ein Bahnbeamter, der im Burnout. Und letztendlich kommen die Leute ja, weil sie eine Beschwerde haben. Weil sie irgendetwas haben, was, Moment, ich muss das mal gerade gucken, wo das steht. Anmerkungen zur Aggression. Weil die Leute ein Symptom haben. Und dieses Symptom, das steht im medizinischen Vordergrund. Und das wiederum bedeutet, dass sie etwas tun müssen. Und wenn der Psychologe dann etwas tun kann oder tun muss, ja hier Unterschrift ganz unten, seit 69 Anmerkungen zur Aggression. Also ein typisches Beispiel dafür eben dieser Bahnbeamte. Und er kommt, weil die Psychologin ihn schickt. Und er ist im Burnout. Und er hat etwas erlebt, was du nicht erleben willst. Er war vorher Lokführer und hat sich dann von dort weg beworben. Weil das ist wahnsinnig anstrengend als Lokführer. Du hast die ganze Erfahrung, du hast die ganze Verantwortung. Und dann musst du, glaube ich, alle zwei oder 20 Sekunden, du musst ständig irgendwo draufdrücken, damit man hört, dass du noch wach bist. Und wenn man das nicht mehr hört, gibt es eine Notbremsung. Auf alle Fälle war das so stressig. Er ist dann in den Servicebereich gegangen. Und im Servicebereich ist ihm was passiert. Das ist unfassbar. Ein Gast kam und hat einen Stapel Fahrplanhefte. Hat er ihm aus Wut so ins Gesicht geworfen. Der Grund war, dass der TGW gehalten hat. Und es war ein Schlafwagen nach Paris. Und der hat einfach aus irgendeiner verkehrstechnischen Störung gehalten. Und die Gäste mussten aussteigen und bei Nacht und Nebel in den Bus steigen. Und es gibt halt Schöneres, als wenn man gemütlich weiter zwei Stunden schlafen möchte, dann auszusteigen und in den Bus zu gehen. Er war so wütend, da hat er das gemacht. Und er hat hier auch eine Narbe. Er musste genäht werden. Und ich sage dann, oh Gott, das ist ja richtig übel. Und ich frage ihn, ist es sonst noch jemand passiert? Und er sagt, was sagt er? Ist es sonst noch jemand von Ihren Kollegen passiert? Was meinst du, was er sagt? Nein. Und ihm ist es schon zweimal passiert. Also, dass es aggressive Übergriffe gab. Okay, da kam ich der Sache schon näher. Dazu gibt es ein Bild. Das blenden wir mal hier ein. Was hat er ausgeschlossen? Dieses Oval, das ist er. Was hat er ausgeschlossen? Er hat ausgeschlossen, für sich selbst einzustehen. Eine Aggression, die so von anderen kommt, von außen. Das bedeutet immer, dass du irgendwo ein Vakuum offen lässt, dass du deinen Platz nicht wirklich einnimmst. Und das hat er offenbar versäumt. Woher weiß ich das? Ich kenne ihn ja überhaupt nicht. Ich habe ihn einmal jetzt, sitzt erstmals vor mir. Ganz einfach. Wenn einer sowas erzählt, dass andere grundlos aggressiv sind, dass sie quasi übergriffig werden. Übergriffig kannst du nur werden. Das muss man sich so vorstellen. Einen Schritt nach vorne kannst du nur machen, wenn da Platz ist. Wenn also andere einen Schritt in deine Richtung gehen und du das als übergriffig empfindest, dann hast du da einen Platz gelassen. Wenn hier schon die Wand wäre, könnte ich keinen Schritt nach vorne gehen, dann wäre das mal Ende. Nur wenn die Wand nach hinten gezogen ist, kann ich einen Schritt weiter gehen. Allein aus der Geschichte kann ich also ableiten, okay, der muss was ausschließen. Das für sich selbst einstehen. Und welche weitere Frage hat diese Wahrheit, die ich da gerade am Aufdecken war, erhärtet? Welche weitere Frage hättet ihr denn gestellt? Geht mal auf zu Hause. Welche Frage hättet ihr jetzt gestellt? Was machen sie, wenn es zu Hause Streit gibt? Was tun sie dann? Und jetzt mal ihr. Was macht dieser Mann, wenn es zu Hause Streit gibt? Er geht aus der Bildfläche. Ja, Kamerafrau, ich gehe extra aus der Bildfläche. Er geht aus der Bildfläche. Er geht ins nächste Zimmer. Was macht seine Frau? Sie rennt ihm quasi mit dem Hackebeil hinterher, weil sie will, dass er redet. Er will aber nicht. Ist das irre? Ich habe ihn dann gefragt, warum reden sie nicht? Warum gehen sie aus dem Zimmer? Und dann sagt er, ich weiß auch nicht. Er spürt was, er spürt ganz deutlich, was ich merke, dass er geht so in sich und er will es finden, aber er kann irgendwie nicht. Ich helfe ihm ein bisschen. Weil offenbar, so wie er da sitzt, er kämpft mit irgendwas. Und so wie er da sitzt, da passiert was in ihm. Er merkt, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Und ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, wenn ich weggehe, gibt es ja noch mehr Ärger. Also er entzieht sich dem Ärger, er entzieht sich einer möglichen Konfrontation, weil die Frau ja mit ihm streitet. Wie kommt es denn zum Streit? Zum Streit kommt es immer erst, wenn ein Fass überläuft. Das heißt, wenn er mehrfach irgendwas gemacht hat, was die Frau nicht versteht, was sie vielleicht nicht billigt, was sie gern mit ihm bereden will, was sie gern ihn verstehen lassen will, wie sie sich damit fühlt. Und wenn das mehrfach passiert, dann kommt es zum Streit. Pass mal auf, komm jetzt mal her, ich möchte mit dir reden. Für sie war es noch kein Streit. Sie wollte vielleicht einfach mit ihm das jetzt mal klären. Für ihn ist es aber, oh Gott. Warum reagiert er denn so voller Angst und versucht zu fliehen, was ihm noch mehr Ärger einbringt? Und er weiß, dass er sitzt in dieser Zwickmühle und der, der gerade mal eben etwas bräsig und übergewichtig vor mir saß, der daran gewöhnt war, in der Psychotherapie auf seinem Sessel zu sitzen und er wird dann befragt. Nichts gegen Psychotherapie ist was Wundervolles. Ich habe selber schon Stunden gehabt, die mich weitergebracht haben. Aber er ist eben gewöhnt, er sitzt in der Psychotherapie und die Therapeutin fragt was. Er hat sich so eingenistet in der Psychotherapie. Er saß wie in der Psychotherapie auf seinem Sessel. Deshalb hat die Psychologe ihn geschickt, weil sie gemerkt hat, sie kommt nicht weiter. Ich fand das cool, ich fand das toll. Und damit war er jetzt mal vorbei. Damit war auf meinem Stuhl erst mal vorbei. Weil ich habe ihn emotional da reingeschickt. Du gehst in das andere Zimmer. Warum? Und was passiert, wenn du ins andere Zimmer gehst? Da wird der Ärger noch größer. Und was hast du da für einen Ärger? Was passiert da? Was ist das für eine Wut? Ich bin ja, ich meine, ich bin kein Psychologe. Ich bin einfach nur darauf angewiesen, weil ja viele einmal kommen, weil sie von weit her kommen. Und dann kommen die erst in sechs Wochen wieder. Du fliegst nicht jede Woche einmal von Hamburg nach Saarbrücken. Das machst du nicht. Oder von Paris zu uns. Das machst du nicht. Aber alle sechs Wochen, das geht. Also ich möchte ihm so viel mitgeben, wie möglich in der ersten Sitzung. Und jetzt sitzt er nicht mehr da in seinem Therapiesessel und nickt. Nein, jetzt sitzt er da und ist vollkommen aufgewühlt. Und ich merke, da kämpft was mit ihm. Ich helfe ihm ein bisschen. Ich frage ihn, wie war das zu Hause? Gab es da Abend zu Streit? Und er nickt. Und ich merke schon, er kann jetzt gerade nichts sagen, weil er nichts sagen kann. Weil es ihm die Sprache verschlagen hat. Dann sage ich, wer hat denn mit wem gekämpft? Ja, sagt er, meine Mutter hat meinem Vater immer, ist sie ihm nachgelaufen. Er sollte, was? Und was sollte der Vater? Reden. Und wie ging das dann aus? Ja, mein Vater wurde dann als laut und dann gab es Streit und dann haben sie gestritten. Und dann ist er aus dem Haus und dann hat er die Tür geknallt. Und irgendwann hat er auch eine andere Frau. Das ist seine Erfahrung. Also er wurde nicht mit Messern geworfen, aber das ist seine Erfahrung. Und er weiß, dass Nichtreden ein Problem gibt, aber er weiß auch, dieses Verhalten, was seine Eltern haben, das bedeutet Beziehung. Beziehung heißt für ihn, das ist ja sein Beziehungsmodell. Kinder lernen am Beziehungsmodell. Kinder lernen alles in der Kindheit. So wie auch solche, wo zu Hause geschlagen wird, lernen, schlagen und nachher versöhnen. Das ist Liebe. Tatsächlich, das ist die psychologische Grundordnung, dass Kinder Beziehungsmodelle zu Hause lernen. Das lernen auch Kinder, dass der Mann mehrere Frauen hat in anderen Gesellschaften. Das ist für die dann normal. Was immer du Kindern in einer Familie als normal vorlebst, das übernehmen die auch. Unter Menschenfressern lernen Kinder, man isst Menschen. Das ist einfach normal. Und die Eske muss essen auch rohe Fisch. Das würden wir vielleicht so nicht machen. Er holt Tiefluft und ich merke, dass er erkennt, dass er was tun muss. Und er erkennt auch schon in der ersten Sitzung, und ich bin so vorsichtig, weil ich will auch niemandem was überstülpen, was jetzt meine Idee ist. Passiert schon mal. Und er erkennt in der ersten Sitzung, dass es kein Zufall ist, dass er diesen aggressiven Angriff erleben musste in seinem Service Point. Dass die Aggression, die ihm von außen entgegengebracht wird, dass es ein Pendant zu dem ist, dass er sein für sich selbst einstehen gar nicht lebt. Und der hat dann beschlossen, okay, er macht jetzt noch ein paar Stunden mit aufgeschlossenem Herzen Psychotherapie und möchte dieses Thema bearbeiten. Und dann kam er mal nach vier Wochen wieder und sagt, mir geht es so viel besser. Ich, wenn jetzt zu Hause gestritten wird, laufe ich ganz sicher nicht mehr weg. Meine Frau braucht mir nicht mehr nachlaufen. Und das mit diesen Fahrplanheften, das war das letzte Mal, dass mir das passiert ist. Versteht ihr, dass das überhaupt gar nichts bringt, wenn ihr sagt, der hat mich angegriffen und das passiert mir nie wieder? Vergiss es. Du musst gucken, warum es dir passiert. Warum ist der jetzt so blöd gekommen? Warum ist dir das jetzt gerade entgegengekommen, das, was da passiert ist? Die anderen Menschen stellen sich quasi uns zur Verfügung, um zu unserem Werden und Wachsen beizutragen. Auch hier muss ich sagen, ich verstehe es nicht, dass wir irgendwie da weder eine Anleitung noch ein Gefühl mitbekommen haben. Wir haben ja Autosensoren mitbekommen für Hunger, für Durst, für Schlaf. Wenn alles gut läuft, haben wir auch einen Sensor mitbekommen, wann wir uns bewegen sollen, wenn alles gut läuft. Wir haben keinen Sensor für Zweierbeziehungen, weil es ist das, was wir in unserem Umfeld so eingerichtet haben. Und woanders ist es eben eine Dreier oder eine sonstige Beziehung. Da haben wir keinen automatischen Sensor. Und wir haben auch keinen Sensor dafür, der sagt, hallo, pass mal auf, du hast das von deiner Kindheit da mitgenommen und so. Also wir haben jetzt schon mal zwei Dinge. Das eine ist, der Mann redet nicht, weil es ihm einfach zu viel ist. Und das andere, der Mann redet nicht, weil er zu Hause schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und weil aus einem Reden ja auch durchaus mal dann ein Konflikt werden kann. Und Konflikte, uh, 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 besser nicht. Wisst ihr, wie dieser Zustand macht, wenn man ständig etwas wegdrücken muss, wenn man ständig etwas weglächeln muss, wenn man ständig ausweicht, wisst ihr, was das macht? Das macht auf beiden Seiten mütend. Und mütend ist ein Begriff, der wurde gerade jetzt in der Corona-Zeit bei uns von einer Ärztin geprägt. Wir sind alle mütend. Wir sind wütend auf die Situation und wir sind gleichzeitig müde. Wir sind erschöpft und wir sind wütend, also sind wir mütend. Ich denke, der Begriff wird sich in den deutschen Sprachgebrauch eingliedern, weil der wird so häufig benutzt. Wütend und deshalb müde. Müde, weil wütend. Und jetzt, wenn ihr überlegt, dieser Mann mit den Fahrplanheften, der Bahnbeamte, der war im Burnout. Warum? Weil er mütend war. Das war nicht die Arbeit, die er dort gemacht hat, sondern das, was er nicht gemacht hat, sich nämlich zu stellen und sich wirklich die Dinge klarzusehen und sich weiterzuentwickeln. Was ist das eigentlich mit dieser Entwicklung? Der Mechil Schäffer hat mal so ein wunderschönes Bild. Mechil Schäffer ist die Mutter der Bachblüten in Deutschland. Die hat die nach Deutschland gebracht. Und Mechil Schäffer hat so ein wunderschönes Bild gezeichnet in einem ihrer Lehrbücher. Ich mache ja selbst auch Bachblütentherapie. Und ich kenne sie persönlich. Ich habe für sie schon Artikel geschrieben. Und da ist ein Baum, ein weißer Baumschatten. Ein weißer Baumschatten, das ist die Möglichkeit, die wir haben individuell, wenn wir auf die Welt kommen, wohin wir wachsen können. Und dann werden wir geboren und dann gibt es diesen kleinen Baum und der wächst dort rein und rein und rein. Und die meisten bleiben irgendwann stehen. Die meisten bleiben irgendwann stehen und entwickeln sich nicht ganz in diesen ihnen vorgegebenen Schatten hinein. Weil die Eltern sagen, ach, du willst Seiltänzer werden. Besser nicht. Das kann gefährlich sein. Vielleicht fällst du runter oder ein regelmäßiges Einkommen hast du dann sowieso nicht. Was in der letzten Zeit sich dann auch bewahrheitet hat. Weder Seiltänzer noch Sänger noch Künstler konnten ja jetzt schon anderthalb Jahre nicht arbeiten. Aber das ist jetzt nur mal am Rande gesagt. Und die meisten füllen diesen Baum nicht ganz aus, sondern sie bleiben halt verknorzelt in der Hälfte stehen. Die Seele spürt das und die Seele weiß das. Und wenn die Seele nett ist, wird sie irgendwann anklopfen und sagen, pass mal auf, hier fehlt noch was. Und der Mann, der eigentlich Seiltänzer werden wollte, Extrembeispiel. Jetzt soll der Balletttänzer, der sitzt dann brav hinter einem Bankschalter mit seinem Jackett und seinem Anzug und irgendwann hat er Migräne. Migräne, eine Wuterkrankung, eine Schwäche des Gallenblasenmeridians. Galle, Leber sind zusammen, Leber ist das Organ der Wut, des Ärgers. Er spürt ja, dass er nicht das tut, was ihm Spaß machen würde. Und er spürt ja, dass er jeden Tag in eine Arbeit geht, die ihm eigentlich überhaupt gar nicht liegt. Und er denkt darüber nach, das Grübeln ist die Galle, das schwächt dann wieder die Milz. Und beide zusammen sind die Organe der Mitte. Er fällt aus seiner Mitte raus, dann entwickelt er Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und dann irgendwann, typisch Gallenmeridian und ihr Verlauf, typischerweise hat er dann eine Migräne. Und die Migräne bringt ihn dann zum Arzt. Und wenn er dann Glück hat, dann kommt der Arzt auf die Idee, ja, was macht dich denn so wütend? Wie zum Beispiel die Beamtin, die eigentlich operiert werden wollte, sollte an der Wirbelsäule. Und ich hatte zufällig Zeit an dem Tag und konnte mit ihr ins Gespräch kommen. Und habe dann nachgefragt, wie es ihr denn so geht. Macht Ihnen die Arbeit Spaß? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Macht Ihnen die Arbeit Freude? Letztlich hat ein Patient gesagt, nicht, dass Sie denken, dass bei mir alles psychisch ist. Ich habe ihr dann gesagt, nee, wissen Sie, das ist einfach nur bei mir. Ich habe öfter mal was Psychisches. Hat sie gelacht und dann war das ganze Thema weg. Und hinterher war es dann doch was. Macht die Arbeit Freude? Ja oder nein? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und diese Beamtin, die war irgendwie auf dem Finanzamt und sie hat gesagt, sie sollte an der Wirbelsäule operiert werden. Und sie wollte einen Termin bei mir haben. Und ich habe dann gesagt, aber wissen Sie, Sie haben doch schon einen OP-Termin. Was soll ich da noch machen? Aber sie bestand drauf, weil ich hatte ihrem Sohn mal helfen können. Und dann kam sie halt und ich hatte keine großen Hoffnungen, weil sie hatte einen dicken Bandscheibenvorfall. Und sie kam mit Hilfe. Sie konnte auch nicht mal ihre Socken anziehen. Sie konnte gar nichts. Und in dieser Sitzung, schon in der ersten, kam ich mit ihr ins Gespräch, ob es ihr Spaß macht. Sie sagt, nein, ich hasse meine Arbeit, aber ich komme ja da nicht raus. Das ist ja ein goldener Käfig, meine Rente und bla. Das verliere ich ja alles. Die kam beim zweiten Mal bereits ohne Hilfskraft. Wir hatten dieses Gespräch darüber, was es für Möglichkeiten gibt und wie sie vielleicht doch finden könnte, was sie wollte. Sie wollte was Künstlerisches machen. Sie war beim zweiten Mal ohne Hilfe da. Und beim dritten Mal sagt sie, wissen Sie was? Was? Ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Ich habe den OP-Termin abgesagt und ich weiß auch jetzt, was ich mache. Ich werde halbtags, weiß ich, was sie machen wollte. Irgendein Künstlergeschäft, Blumengeschäft. Ich gehe in meinen Beamtenjob auf halbtags und wenn ich die Tür zu mache, ist sie tatsächlich zu. Das war es dann. Ich habe sie nicht mehr gesehen, bis ein halbes Jahr später. Und ich habe sie dann gefragt, was macht eigentlich ihr Rücken? Und sie, äh, was für Rücken? Hallo? Sie sollten vielleicht zu Hause ein Altar haben, wo sie jeden Tag dankbar sagen, wow, mein Rücken, ich muss nicht operiert werden. Aber die Natur hat auch das in uns so eingepflanzt, dass Gesundheit für uns das ist, was eigentlich normal ist. Aber ich möchte euch gerne noch was für Nichtredenden erzählen. Eine Psychologin erzählt mir, dass ihr Mann, Arzt, ich kenne beide, zweite Ehe, große Liebe, aber er vergisst immer wieder die Getränkekästen. Wenn er sie gebracht hat, stellt er sie im Eingang zum Wohnzimmer ab. Und das ärgert sie. Und er sagt dann, ach, wo habe ich denn meinen Kopf? Wo habe ich denn meinen Kopf? Ja, wo hat er ihn denn? Wenn, ich sage dir was, vertraue niemand, der so teilvergesslich ist, wenn er dir kein Demenzzeugnis vorlegen kann. Sie musste dann lachen, die Psychologin, weil sie hat ihn dann aufgefordert, mal zu sagen, du, was stört dich hier eigentlich wirklich? Das war wieder eine verdeckte Aggression. Er hat seine Aggression, die er nicht ausdrücken wollte, weil man will doch gerade in der zweiten Ehe, muss doch alles schön sein. Er will doch ein Kuschel zu Hause haben und da soll doch niemand das Glück trüben. Das ist doch deine große Liebe. Ja, ihr seid auch beide ohne Anleitung auf die Welt gekommen. Obwohl sie Psychologin ist, hat ihr nicht viel geholfen. Sie hat ihn dann gefragt, was ihn so wütend macht und hat ihn freundlich eingeladen, es zu sagen. Und siehe da, er hat gewusst, was ihn wütend macht. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber seitdem hat er nie wieder vergessen, die Getränkekästen auch an den Platz zu stellen, wo sie hin sollen. Und mein eigener Mann, und ich glaube, da hat er nichts dagegen, wenn ich das mal sage, er hat mal eine Organisationsaufstellung gemacht zu der Fragestellung, warum redet mein Partner nicht? Also der Partner in seinem eigenen Architekturbüro. Und diese Aufstellungen sind absolut eindrucksvoll. Also wenn du schon mal eine Familienaufstellung gemacht hast, das sollte bitte von einem Psychologen geleitet werden, der es wirklich kann. So eine Familienaufstellung, da siehst du die Menschen als Stellvertreter und sie reden wie der, der gemeint ist und sie bewegen sich wie der, den sie vertreten. Das ist unfassbar, die wissen nichts davon, aber sie bewegen sich absolut identisch, weil sie in dem Moment, wo sie in einer Gruppe zusammenstehen, du bist jetzt mein Vater, du bist der, du bist jetzt mein Kollege, sind sie tatsächlich in einem Feld drin, wo das genau so passiert. Also ich empfehle euch dringend bei einem Guten, es muss jemand Gutes sein, denn der muss auch die Folgen auffangen können, wenn jemand aus seiner Rolle nicht rauskommt oder wenn was ausgelöst ist, was geklärt werden muss. So und das Ende vom Lied war, ich habe dort erlebt, dass er eben seinen Kollegen hingestellt hat und dann noch die Mitarbeiter, die Zeichnerinnen, die spielten gar keine Rolle. Das war eine kurze Aufstellung. Und die Lösung war, und das war das Ende vom Lied, er redet nicht, nicht sein Partner. Das hat er aber nicht gewusst. Er ist der, der nicht redet. Ist das unglaublich? Also die Frage ist ja, pass auf, wenn er nicht redet. Also hat er keine Lust, hat er Angst vor Konflikt, lade ihn freundlich ein. Bist du vielleicht der, der nicht redet? Ist mir auch schon passiert, zu Hause, dass ich gedacht habe, er könnte es doch jetzt mal sagen, aber sag ich es denn selber? Oder er könnte doch jetzt mal freundlich sein. Wir hatten uns über was gestritten, wir sind zufällig mit irgendwas aneinander gekommen und er hat sich fürchterlich aufgeregt. Und ich konnte ihn nicht runterholen und ich so, ja, der hätte ja jetzt mal nett sein können, der hätte doch freundlich sein können zu mir, legt mir den Arm um die Schulter und sagt, oh, hast du dich mal erzählt oder irgendwas? Und ich gehe zur Waschmaschine und bin richtig böse. Da denke ich mir, er hätte doch auch mal freundlich sein können, er hätte doch mal freundlich sein können mit mir oder sanftmütig. Und dann ich so, okay, pass mal auf, dritten Schritt auf die Seite. Bist du freundlich? Bist du sanftmütig? Hättest du nicht auch das Ganze freundlich beenden können? Luft holen, nebendran treten, wieder reingehen und ich frage ihn, was würden wir denn das nächste Mal anders machen? Wo sind wir, wo haben wir uns denn verlaufen? Das ist eine Einladung und es ist gut ausgegangen. Also sagen wir mal so, ihr, die hier zuschaut, ihr seid ja auf eurem Feld, das ist teilweise ein Kampffeld. Ich grüße euch von Feld zu Feld, das kann nur immer besser werden und ganz harmonisch ist auch langweilig. So sagte mir eine Psychologin, die große Liebe, aber wir streiten dauernd. Ich wollte schon gerade fragen, ich streite dauernd, wieso? Oh, und ich wollte mit ihr jetzt anfangen zu suchen, so wie jetzt ich das euch gezeigt habe. Und dann sagt sie, wissen Sie, sie macht eine Analyse. Das ist ein sehr altes Verfahren von Freud. Ich würde sagen, es gibt schnellere Methoden. Also sie macht eine Analyse und der Therapeut hat ihr gesagt, bei ihnen ist immer was los. Na, da wussten wir doch schon, was sie davon hat. Also ach so, beschweren Sie sich doch nicht. Hat sie gelacht und hat gesagt, ja, Sie haben recht. Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Bis dann.